Oh, Scotty, das war's. Michael ist nicht so richtig losgefahren. Sorry, Bettina. War das gut? Ja, alles gut. Schön abgeschossen. Es gibt schon mal die erste gelbe Karte für irgendwen. Alter, man nimmt aber auch jedem Stück Gras mit. Ja, kleiner Hinweis, vorsichtig mit dem Windschatten. Ja, du bist schon eh schon langsamer. Ich bremse schon vorher. Betty, warte doch mal, bitte. Nein, Betty muss Stefan packen. Scotty mit seiner vielen Übung macht das mit links. Ich weiß gar nicht, wo diese Mär herkommt. Das weiß die ganze Playstation-Community. Oh, fuck. Ich krieg gleich Besuch von Bettina. Vorsicht. Ah, sch. Wie dreht sich das Auto denn da? Nein, 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 nein. Bist du hier angefahren, Thomas? Schikane. Oben hatte ich. Oh, okay. Etwas zu optimistisch genug. Aber Bettina, da hättest du schon aggressiver reinfahren können. Hätte ich, ja. Hätte, hätte schon. Thomas, du musst die Nerven behalten jetzt, ne? Hey, ich bin angestoßen worden. Wer kommt denn da schon wieder von, das war Michael, aber den hast du auch angeschoben worden, oder? Ich bin auch angeschoben worden, ja. Ich auch. Ich auch. Ausnahmsweise mal nicht beteiligt. Steffen hab ich angeschoben. Oh, 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 oh. Und der Typ war offen. Ey, was macht ihr denn da? Reifelt schon. Jörg führt das Rennen wieder zusammen. Das fällt. Mach ich schon. Hier kommt gleich alle an. so langsam und es macht hier und steffern woher zum sand das ist ein lustiger dreher das zwischen den mauern und den falkenbanden innen haben wir überhaupt reifenverscheiß eingestellt ja ja also ich fahr zu vorsichtig ja war schon mit dem messer zwischen den zehn ich komme links 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 ach du scheiße boxein verpasst ja soll dann warst du schon an der box also nicht weiß ich nicht weißt du nicht ich war noch nicht in der box jetzt habe ich schon wieder vergessen hat funktioniert selber hat ihm doch gegen gereicht da der knappe vorsprung so auf betty nix da was macht das war auch guck also anbremsen im windschatten geht gar nicht ja ne das ist noch schon die von bild auf betty ja entschuldigung ich bin schneller nein ich bin in ich bin später ok tschüss stefan das war eine letzte runde von dir du sag mal ich wollte schnellste rennenrunde jetzt auch noch haben heute geklappt haben frische reifen endlich konnte ich dankeschön endlich meine lieblingsstrecke fahren ich bin hinter dir ich warte auf dich du bist einmal quer über die acker gefahren nur um mich abzulassen nein überhaupt nicht ein cooles rennen hat Spaß gemacht